Hallo Alex. Hallo Manu. Na, wollen wir ein bisschen Portal zocken? Ja, klaro. Gut, dann haben wir uns heute eine schöne kleine Map ausgesucht. Du darfst annehmen. Ich glaube, wir müssen die noch herunterladen. Ihr Forschungspartner. Yeah. Sehr schön. Wir haben, glaube ich, die Karte Appertie Valentine ausgewählt. Habe ich eigentlich. Sieht mir gerade nicht so danach aus. Aber man kann sich ja irren. Warte auf ihren Partner. Wartest du auch auf mich? Ja, ja. Ah. Du haben gehört. Ich bin da. Ja. Oh, lolololol. Ich, ich, ich. Na, dann komm mal auf mich zu. Monsieur. Madame. Ich bin begeistert. Der Hammer. Nein, 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 nein. Nicht so schnell. Oh. Unsere armen Partygäste. Ihr solltet euch jetzt mal sehen. Macht es Spaß, sich so gehen zu lassen? Ja. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Moment. Oh, guck mal, ein schönes, großes Herz. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Äh, ja. Heilige. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ja, klar, das. Ähm. Ah. Meine Waffe. Hey, guck mal. Mach du mal deinen Star hin. Lass uns mal, äh, warte mal, lass uns erst mal da hoch gehen. Hallo. Hihi. So. Ja, du musst erst mal hier hoch. Ne? So. Dann mach ich ja meins hier hin. Und direkt unter mir, oder? So. Du bist ein Hans. Hey. Wir haben uns verfehlt. Tolle Wurst. Wie gut. Wir müssen noch ein bisschen an unserem Timing arbeiten. Aber nur ein bisschen, ne? Ein bisschen. So, jetzt also, äh. Wo ist dein Portal? Okay, drei, zwei, eins, go. Hallo. Oh, sehr schön. Was macht denn der da? Ich weiß auch nicht. Ah, der schweißt ein bisschen. Ähm. Da ist ne. Geil. B-b-b-b-b-b-b. Ah, ja. Ich will auch. Niemand? Niemand. Oh, nein. Ah, geil. Wo bist du? Ach, pfuh. Am Anfang. Ganz am Anfang? Ich hab noch, warte mal. Ich hab doch ein Portal da sitzen, oder? Ja. Dann komm mal durch hier. Ah. Ah. Ah, herrlich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So nicht. Das machen wir gleich nochmal. Oi, oi, oi. Und nü? Da oben, ich seh was. Guck mal. Da ist was. Ah. Geh du mal da runter. Also da durch das, durch das ist, äh, hier. Schutzeschild. So, jetzt mach ich dir da vorne ein Portal. Und da oben. Was siehst du? Das müssen wir gleichzeitig drücken. Ja. Nur wie komm ich jetzt da hin? Äh. Ah. Ah. Ja, du kannst doch jetzt einfach da runter springen, oder? Theoretisch, ja. Ja, mach das mal. Ja, die einfachsten Lösungen sind manchmal die kompliziertesten. Oh, herzlichs. Drei. Zwei. Eins. Oh. Ah, jetzt haben wir den Checkpoint freigeschaltet. Ähm. Ah, guck mal, Wolfgang. Wolfgang. Oh, guck mal. Oh, wie schild. Herzlich, Schild. Ah, guck mal, da kommt noch was. Oh. Ich vermute mal, du darfst da jetzt rein. Äh. Geh. In den Wolfgang. Oh. 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 Das war so richtig! Na aber da wie wie die! Das hört sich an wie die Sims! Ja aber echt ja! Herrlich! Oh nein! Oh nein! Ich will nicht sterben! War das Absicht? Ja! Oh Gott oh Gott! Das war uncool! Ich habe irgendwas... Warte mal bevor du da weiter schwebst! Hallo! Ja ja ja! Du solltest mich vielleicht auch mal mitholen! Wer eine Idee wird! Ja! Da drüben wo du anhaltest! Wo unser Wolfgang momentan endet! Da gibt es bestimmt was was du übersehen hast! Stell dich mal da hin! So und jetzt guck dich mal hinter dir oder so! Hinter dir! Da ist da irgendwas! Da! Siehst du da irgendwas? Äh... Äh... Uh! Hey! Wo? Wo? Oh! Ja genau! Guildenル! Nein! Kannst hier jetzt meins überschre- Oh Herrlich Nochmal bitte Das linke bitte Nein Was war das? Ähm Ich weiß es nicht Soll ich mal rüber? Ne 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 Das lass dir jetzt nicht nehmen, oder? Ja, ich krieg das schon hin, ja Wollen wir hoffen? Warte mal Ja, das hier Das linke Genau Und Ja, Moment Sehr schön, danke Ja, bitte So, jetzt muss ich Portale setzen Portale Tieren Ähm Ja, theoretisch müssen wir ja da lang Aber Du gehst schon als erstes Ähm Hier, guck mal Ist sogar ein Danger Ähm Ich will da aber nicht lang Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann Super Haben wir gut gemacht Ja Machen wir den Wolfgang wieder hin Ähm Ha Mit einem Mal, du So, ich darf meine Portale nicht versetzen Jetzt musst du deine versetzen Und Und dahin Aber Ich komm mal mit Was? Siehst du irgendwo die Bridge? Hä? Hä? Blablabla Irgendwie muss es doch zu machen sein Jetzt Jetzt Basse mal auf Uff Basse So, die Die erste Mal daher Oh, 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 oh Schnell, schnell, schnell Das war doch wohl ein Witz Ja Ja, das war ein guter Witz Wir sterben zu oft Ja Ey, rüber meine Kugel wieder Na, tritt in die Genitalien Wenn du welche hättest Ja Hier Walte deines Amtes mal wieder Und da muss irgendwo noch Ne Da muss irgendwo noch ne Breach sein So ne Leucht Breach Breach Ein Breach Hier ist aber keine Breach Äh Ah, viel Spaß Warte mal Oh, fuck Das ist das falsche Portal Du bist ein Hans Aha Aber er hat jetzt eine Auf die Gosche bekommen Na, tolle Wurst Also irgendwas muss es hier noch geben Weil umsonst Ich gucke mich mal da oben ein bisschen um Ja Vielleicht sehe ich ja noch was Was wir nicht gesehen haben Aber momentan eher nicht So Kommst du? Oder suchst du noch? Nein Wir brauchen eine Schutzeschild Schutzeschild Äh Aber wie? Ja Setz mal Warte mal Ich hab Ja Wenn ich da jetzt durchgebe Bin ich Äh Tolle Suppe Orange Dein Plan geht perfekt auf Ja Geht er Irgendwas haben wir übersehen Ja Irgendwas Irgendwas haben wir übersehen Ist da irgendwo noch Irgendwas muss es doch Also soweit so gut Also das hier passt Ja Also das ist Gibt es hier nicht irgendwo etwas Wo wir Übersehen haben Also irgendwas macht mich hier Ganz 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 stutzig Ähm Kannst du nicht? Nein Ach komm So tragisch ist das jetzt nicht Äh Tja Da muss ein paar Also das muss ja irgendwie funktionieren Und da Dann geh mal durch Und guck mal ob du irgendwas siehst Irgendwas Merkwürdiges Irgendwo So eine Leuchtbrücke Und es hieß Niemand würde bei diesem Test je sterben Danke für den gegenteiligen Beweis Aha Geh weg Ja ja Jetzt fahr mal hier hoch Ja ne Ich hab ne Idee Echt? Meinst du dass jetzt die Türme kaputt sind? Naja Zumindest ein oder zwei davon Aber das kann nicht Sinn und Sack der Sache sein Glaube ich nicht Glaube ich nicht ganz Wenn du jetzt gleich hier retten Ah ja Ich glaube aber nicht Dass es Sinn und Zweck ist Dass wir hier so oft sterben Ja glaube ich auch nicht Aber es funktioniert Es funktioniert Ja Die Montageeinheit hat übrigens noch andere Montageaufgaben Hast du gehört? Oh man Es hat noch andere Aufgaben Ah ja Also unkonventionell Aber effektiv Ja War das jetzt der letzte oder wie? Ja Lol alter Ich glaube nicht dass das jetzt die Lösung war So ich komm mal mit Ich glaube nicht dass das die Lösung jetzt war Da glaube ich nicht dran Lol Glückwunsch Hätte ich diese Tests reparieren können Lol Also nochmals Glückwunsch Zurück Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt Ich weiß nicht wofür der Preis war Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift Nö Da geht ein Laser an Warte mal Ich guck mir hier mal Ah Kannst du mir den Laser Hier irgendwie durchgeben Aha Aha Warte mal Ich hab Ich hab ein Knopf Ich hab ein Knopf Ah nein Hier hin Dann mit der Zeug Ja und dann Keil Ah jetzt kann Schuhe durch Oh Aha Ah das ist für den Ausgang Guck mal Da fährt der Ding hoch Aber warte mal Du kannst jetzt Warte mal Du kannst mir doch den Laser Jetzt Äh Äh Warte mal Ich kann mir doch den Laser jetzt selber holen Warte mal Aha Jetzt kann ich Hunde Genau Und jetzt kannst du hier durch Nein kann ich nicht Achso Ja das macht ja nichts Vorher ist es ja egal Ähm Und jetzt kannst du das Das Kraftfeld deaktivieren Mit dem Knopf So Und jetzt kannst du durch meinen Äh jetzt kannst du Äh da drüben Hier drüben sind doch Oh bestimmt Portalflächen irgendwo Für den Laser oder? Nein Ah hier Ja Ja Mach das mal Und jetzt geht durch mein Portal zurück Dann müsstest du am Anfang beim Laser sein Ja und jetzt kannst du praktisch den Laser Da drüben rein lenken Wenn du dein rotes Portal da oben hinsetzt Aha Siehste Genau Was passiert jetzt? Jetzt kann ich hier Warte Jetzt krieg ich hier eine Würfel Moment Bleib mal so So Guck mal ich habe eine Würfel hier Jetzt müssen wir bloß wieder das Ähm Gib mir mal den Laser Wieder hier hin Glückwunsch Zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests Achso Äh Mach mal eins deiner Portale weg Einfach mal so kurz So Jetzt komm hier drauf Und dann platzierst du wieder Äh 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 Tada Oh guck mal ein halbes Herz Oh Manche die passen zusammen? Ja Wir müssen Ah ja Ah Ja Warte mal Wenn dann muss ich dir die Portale machen Ja Äh Äh Was siehst du? Ausgang Ausgang? Jetzt musst du mir die Portale setzen Ah Äh Nein Ja 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 Warte mal Ist doch ganz easy Ich mach mir hier Schwung Ja Und du machst da oben dein gelbes Oder Und du tust das untere Und jetzt setzt ich dein rotes unten Na das war zu Zu abrupt Na dann probier nochmal Nein So wieder zu abrupt Jetzt Na Du musst es machen wenn ich gerade oben rauskomme Ah Eih Hahaha Intelligenz einfall Na süßte Mach auf die Tür Die Tür Mach auf Aieiei Schön weiß Ach du heilige Den Test damit die Menschen mit sich zufrieden sind Er ist extrem leicht Folgt einfach den Pfeilen Äh Warte mal Ich glaube du musst Ich muss hier hin Na danke Das hab ich wohl nicht mehr machen Du labbe Geht nicht ja Zu wenig Schwung Okay Äh warte mal Ich hab hier was Was passiert Hey guck mal Hier ist nochmal so ein Ding Oh Hier hat sich was umgedreht Guck Oh Vielleicht für mehr Schwung Ja aber dann fliegst du ja Ähm Ja Genau Du brüchstest meine Portale noch Äh lass mich mal hier rein Ähm Pass auf Ich hab hier Ich hab hier